Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primer. Wir sind hier auf dem Weg Richtung Neuabenteuer, würde ich sagen. Wir haben hier ein Ereignis vor uns, wo wir Wenger retten sollen, würde ich sagen. Joink und joink. Ich liebe das, ey. Ach ja, ähm, wo ist mein Speer? Das ist mein Speer. Brauchen wir welcher? Ich glaube nicht. Wir haben hier nämlich noch einige Aufgaben zu tun. Ich bin mal ein bisschen dran, dass ich halt den ganzen Quatsch sehe. Ich glaube, mehr sollte nicht raus. So, vernichten, schwer. Gehen wir hin. Suchen und retten, schwer. Ist das dann einfach, dass wir in der Höhle gucken sollen, wenn wir die vermisst sind. Also wir haben hier noch zwei Aufgaben. Hier zwei Hände, da eine Hand, da eine Hand wahrscheinlich in der Höhle drin und eine Höhlenmalerei. Noch ein, zwei Orte zu erkunden und dann hier noch den Ostpasten. Dann würde ich sagen, was man mich da gerade gesehen hat. Weiter geht's zum Ort, ich markiert habe. Läuft er gerade weg vor mir? Komme ich hier hoch? Ja, okay, da oben. Perfekt. Oh, au. Besser Hund. Ich schwinge nur freundlich lang, was beißt ihr mich denn? So, ihr habt ihn ja auch genommen. Das heißt, ich bin jetzt komplett so ein Spiel raus. Hallo. Ah ja, brauche ich gerade das Zeug, toll. Ich habe gerade die Nahrung von denen. Also soll ich unsere Leute verbrennen? Also die Toten, unsere Leute? Ich habe gedacht, ich mache so einen Attentat hier von... Ist mir leid da noch? Ja hier, heil dich mal. Ich dachte, ich mache so einen Attentat von oben. Was brauche ich eigentlich? Ich brauche glaube ich nur noch einen... Moment, äh, B war das? Ne, das war nicht B, das war I. B war 4 hier. Ähm, ja, das ist der Skillpunkt, das sehe ich gerade. Wollte ich noch was davon haben. Schwerer Take-Don ist noch cool. Bogentechnik, aber es ist schon mit hier. Die hat mir eigentlich egal. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mal auf den... Obwohl, ich wollte auch hier hin, ne? Ausrutschen. Also die Eule ist halt schon stark auch. Ah, Moment. Ich glaube, da kann man mitnehmen. Aber wo müssen wir eigentlich hin? Also, da, okay, natürlich, da habe ich schon. Da portet ich einfach mal kurz hin. Ja, macht doch. Nicht Tasche. Porten. Zum Lagerfeuer. Ja, da wollte ich hin. Weil dann können wir einfach schnell töten. Und sparen uns dann einfach den Weg. Nicht zurück porten. Ne, das... Warum? Warum mache ich jetzt auch mal den Filter? Das habe ich vorher nie gehabt. Und jetzt auf einmal... Wir können ja nicht hinfahren, halt super. Dann müssen wir laufen gleich. Also, ich hätte jetzt entweder hier hinlaufen können. Und dann wieder zurücklaufen müssen. Oder ich hätte porten können. Ja, machen wir. Okay, ich hätte doch erstmal dann... ... den anderen Quatsch fertig machen können. Naja, okay. Egal. Wir haben ja sowieso viel zu tun. Ich sehe euch nicht mal. So, auf zwei war mein Burgen, ne? Wo sind die denn? Da sind die. Ist das eigentlich der schwere Burgen? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Okay, das ist der langen Burgen. Das ist der schwere Burgen. Also, ich muss sagen, ich finde diese Eingänge nicht so schön gemacht. Weil ich sehe die Gegner wirklich gar nicht... ...niederbrennen. Die laufen auch schon so wild umher. Die wissen anscheinend schon, dass sie da wären, oder was? Kopfschuss. Ich habe nicht erwartet, dass es klappt. Muss ich sagen. Ja, okay. Ich kann gerade nicht zur Seite laufen. Scheibe. Ich glaube, ich fand die Höhle vorher auch so leer, oder? Kann das sein? So, wir nehmen mal die Malkäule. Wollen wir das nicht? Blutschalki-Keulen. Entzünden. Ja, entzünden. Und das muss ich nicht hauen. Und das hier muss ich hauen, ne? Ich sollte die Nahrung verbrennen, oder nicht? Also, klar, ich fackel hier sowieso alles ab. Wie immer halt. Bonjour. Ach Gott, das ist auch satisfying. Einfach in den Kopf rein prügeln. Soll ich das hier verprügeln? Ich glaube. Na, nehme ich da mit, ne? Eis verschaut. Können wir mal gebrauchen. Oh, das hat geklappt, mein Kopfschuss. Hat keiner was sich alles verbrennen muss, ne? Okay, das hier auf jeden Fall. Ich glaube, die das auch betrifft. Ich hoffe mal mit drauf. Ich glaube aber nicht. Joik. Gott, ich liebe es, hier einfach kaputt zu kloppen. Na, lass mal was. Da können wir noch suchen, ne? Dann fangen wir es trotzdem ab. Was ist hier oben noch? Noch mehr Quatsch? Ja schön, nehmen wir mit. Ich glaube, ob das relevant ist. Wird schon mal jemand bemerken, oder was ist hier los? Das ist so cool. Einfach in die Fresse hauen. Dann kommen wir aus dem Spiel. Okay, wir sind fertig. Ihr seid oben. Was macht ihr denn hier? Lenk, joink, joink. Ah, hier, das war jetzt komisch, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, du brauchst zu essen. Ja, ein bisschen was. Also eigentlich gar nicht, aber wir haben ja was. Das ist aus meiner Fackel anscheinend. Egal. So, wir haben das fertig gelootet. Ab nach, nicht Hause, sondern einfach hier raus. Ab nach weg hier. Wieso? Schussgerfliegt, wenn ich denn erfolgreich so. Hier sind wir auf einem guten Weg. Da würde ich sagen, gehen wir nach hier rüber. Und dann so den Weg gehen. Immer ein bisschen laufen jetzt mal wieder. Bannen sowas. Ja, keine Ahnung. Warum man nicht da hinportt? Also ein paar mehr Portpunkte wären halt schon cool. Vor allen Dingen, wenn das hier so ein abgesperrtes Gebiet ist. Wo ist denn hier schon? Ich wollte am Handy was gucken. Bonjour, Katze. Entspannst du? Ja, Feini bist du, ne? Kleiner Blutfang. Ja, bist du ein Feini. Ja, kannst ruhig essen. Alles gut. Ich hätte aber schon gerne den Pfeil wieder. So. Dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Jetzt lasst mich doch einfach mal überweisen. Gegner, ey. Das ist ja nicht, dass man sich eigentlich nicht machen wollte. Nämlich auch für lauflos geschaltet. Böse Honey Badger. Böse Honey Badger. Gemeint, ich hasse es hier. Vielleicht mal das Snack wieder nehmen, ne? Aber eigentlich nicht. Was haben wir hier? Ich habe mich aufgepasst. Avenger retten. So, los bin. Viel Spaß, Avenger. Habe Spaß in deiner Freiheit in unserem Stab. Wahrscheinlich gar von den umgegrenzt haben, ne? Also, ich habe gar keine Ahnung, was das Maximum ist. Also, wir sind ja schon im quasi Maximum, was man... Mal ein bisschen grün, dass du heute ein Ranger bist. Ähm, wir haben das Maximum, was man so haben sollte. Und jetzt kriegen wir eigentlich nur noch Boni dafür, dass wir mehr finden. Im Land. Im Land. Im Land ist nicht voll. Oh, cool. Ich dachte, es wäre voll. Rohblatt ist doch ziemlich leer, weil ich das viel ein paar Mal wiederbeleben musste. Okay. Der Ruppel ist schon wieder voll. Anscheinend kann man nicht so viel Rohblatt tragen. Hier waren wir schon mal mit dem Nass. Eigentlich mit dem Nass und mit dem... Ähm... Mammut war das. Genau, mit dem Mammut sind wir durchgelaufen. Da können wir hier kämpfen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier hoch müssen. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir sind ja Mammuts. Wenn ich Mammuts holen will, gibt es da welche. Gut zu wissen. Könnte ja sein, dass ich hier durch muss. Hier ist kein Weg runter. Schade. Das hilft mir auch wenig weiter. Sieht so aus, als wäre das hier so eine kleine Höhle, wo es die Hand drin gibt. Ich hoffe mal, die Viecher interessieren sich nicht für mich. Okay, sie entsorgt mich. Ist nicht so gut. Okay, da bin ich extrem schnell gestorben. Also ganz ehrlich, ich finde das zum Kotzen, dass hier so viele Mammuts rumlaufen. Wo sind wir eigentlich? Okay, wir sind bei der Höhle gespawnt. Ich sage nicht nein dazu, muss ich sagen. Das freut mich eigentlich gerade ein bisschen. Ähm, Katze. Ja, wiederbeleben. Nö, egal. So, genau. Also das finde ich ein bisschen nervig, dass man da so... Ich wollte ja wirklich nur durchlaufen. Vor allem denkst du, du kriegst mega auf die Fresse. Komm, wir machen erstmal die Höhle, wenn ich sowieso gerade hier bin. Könnte natürlich sein, dass die Quest uns da auch wieder hinschickt. Ich mache es lieber nicht. Gehen wir nochmal zurück. So, hier ist nochmal ein Grünblatt irgendwo. Oder auch nicht. Vielleicht ist es unten in der Höhle. Kann ja sein, wir sind relativ weit oben. Ja, also das war gerade eine Situation. Ich wollte eigentlich gar nicht mit den vier kämpfen. Die wollen wir trotzdem schlagen. Okay, wenn wir die Knife, dann geht aber deren Gift nicht kaputt. Also deren Giftflasche. Giftbombe? Bombe ist es ja, ja. Dadurch ist es gerade nicht gering, dass hier welche sind. Muss ich sagen. So, Totems der Alten. Gibt es hier irgendwas Schönes für mich? Welche Tasse ist faun, ne? Nee. Gerade. Also ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwie ein bisschen Loh oder sowas ist. Okay, das ist noch... Moment, hier gibt es noch was. Gibt es doch jetzt. Suchen. Okay. Wahrscheinlich einfach Knochen oder sowas. Okay, der Weg ist ganz schön weit. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt versucht, zehnmal Lohr zu beschweren, dass ich es so finde, dass ich an den Mammes noch für Boiler auf die Fresse hau'n. Aber ich hatte irgendwie keine andere Wahl, da auch lang zu gehen. Okay. Okay, das ist aber welchen Gift... Ja, lösend. Wenn man es nennen möchte. Ihr könnt da chillen. Das ist nicht mein Bier. Hier ist irgendwo eine Daishan. Genau da. Perfekt. Dann ist Vieh. So, hierfür brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Sperre wieder. Ich habe wahrscheinlich zu viel verworfen. Weil hier wieder blöd war. Keine Ahnung, wer es du bist. Warum sind hier so viele Wölfe? Eigentlich wollte ich auch gar nicht hier auf den Doggo steigen. Aber das wurde ich gerade genötigt quasi. Mein Sperr ist zerbrochen oder was? Ne, soll nicht. So ein Sperr ist zerbrochen. Ja, hier, los. Viel Spaß. Nicht schon wieder Katze. Ach. So. Das Boden nehmen wir natürlich noch mit. Steigen wir auch noch mit. Ich glaube, er ist voll. Was wollt ihr da mit mir? So, jetzt haben wir die Daishan. Dafür war schon mal. Jetzt müssen wir immer noch zu der hier hin. Das ist bloß ein Rührblöden. Nassung sehr schwer. Da ist mein Sperr. Gut, ich kann dich auch immer damit sehen. Also, ich finde es sehr gut. Ja, die blöden Mammuts sind hier noch wie überall. Dann sind wir schon wieder die Oros. Nicht Oros, die Udams unterwegs. Oros, der Planet hier. Ne, der ist... Das Land? Wie nennt man das? Dürfte das Land sein, ne? Oder die Region, besser gesagt. Weil Länder... So klassische Länder gibt es hier wahrscheinlich noch gar nicht. Obwohl die sein ja auch das Land der Ranger, ne? Hm. Vielleicht ist das auch ein Land schon. Hallo, Großelch. Na, du bist das Mammut-Ding. Ich muss nicht bloß in Ruhe. Ich habe ein Wichtiges zu tun. Ich glaube, ich hätte einfach hier lang laufen können. Ja, au, ab du Mistvieh. Ich habe einen Blutsäbelzahn-Tiger. Was überspricht hier? Keine Ahnung. Ich hätte auch hier lang gehen können, aber wir sind auch schnell warm und so. Von daher hätten wir das, glaube ich, nicht so viel Ärger erspart. So, dann haben wir das getan. Dann haben wir noch einen Ort zum Erkunden. Ich habe mittlerweile schon 43 Deicherhände. Okay. Ich bin hier. Hin und ich habe mich eine Senke. Ja, bonjour. Hallo, der Bär. Was ist meins? Großechhaut. Ja. Immer her damit. Karten kannst nicht. okay gibt es hier noch was für mich? glaube fast nicht ne das möchte ich nicht wollte ich nur looten nichtigen wollte ich hier gar nicht spielen nicht durchs Feuer springen das wäre nice so dann können wir jetzt aber tatsächlich da hingehen dafür muss ich aber anscheinend wirklich hoch vielleicht hier lang ne hm wie komm ich da hin lasst ihr mich in Ruhe oder wollt ihr auch kämpfen? komm los mit Doggy ich hab gar keinen Bock auf den Scheiß hier okay ich glaube fast dass das nicht der richtige Weg ist dafür da habe ich gerade ein bisschen runtergefallen muss ich sagen was würde ich mich nicht die ganze Zeit bewegen könntet hier heilig wo sind meine ganzen Speere hin? kann sein dass bei diesen Großgegnern tatsächlich auch Speere verloren gehen was ich nicht so schön fände würde oh naja also das kann ich einfach kaputt machen noch hilft mir das in irgendeiner Weise? sonst kann ich da vielleicht irgendwie den Weg freimachen na klar ist noch welche fallen aber das hilft mir auch nicht weiter okay sieht so aus würde ich vielleicht von hier oben hin müssen also könnte ich irgendwie hoch also da könnte ich noch Pippa Rubeer das sind große Mammuts oder? ne sind auch kleine so Mammut heute aber das ist ja auch nicht der was hier passiert warum ist das gerade abgebrochen? das ist auch nicht der richtige Weg hier anscheinend hier war ich ja eben gerade schon da vielleicht? ne das ist wirklich was würde ich da rüberschwingen können das ist nicht das was ich unbedingt wollte hmm okay ich bin jetzt fast da wo ich hin wollte vielleicht muss ich dann diesen Weg einfach folgen okay das sieht richtig aus das ist ein echt doofes Versteck muss ich sagen für die Person hier also wenn die Hilfe haben will dann soll sich hier in einem äußersten Ort verstecken wenn jemand hinkommt okay das hilft mir auch nicht weiter ich bin mal in der gleichen Position wo ich vorher war das sieht noch relevant aus vielleicht muss ich da hin also spontan kannst du mich dauernd rüberschwingen lassen vielleicht muss ich da hin und kann von da aus dann irgendwo hinschwingen weil da ist auch schon wieder so ein komisches Ding das muss hier irgendwo in der Nähe sein ich hätte so ein bisschen Angst dass das sei es einfach reißt es wird doof geworden aber du wirst auch noch entspannt ne dann wirst du nicht mit zu vielen Leuten prügeln dann kann ich hier einfach hoch das war jetzt nicht mein Plan so weit hinzufliegen okay das ist aber der gleiche Weg dann kann ich hier einfach oh ich fall ganz schön tief runter die ganze Zeit ich kann hier einfach hoch ne ja gut hätte ich von selbst drauf kommen können haben wir jetzt natürlich ein bisschen die Map erkundet ich muss mich auch positiv sehen hallo ein bisschen rot nach Quest wahrscheinlich ähm und rette sie okay gucken wir mal kurz was das ist wo sollt wir hin ich muss sagen ein Speer und dann einer davon ist schon ganz gut ich muss hier so ne Suche starten erstmal ich seh das Spiel aber irgendwie kann ich hier nicht agieren soll ich hier irgendwo suchen nicht so richtig so viel Leuchten ich kann hier nicht mit interagieren keine Ahnung befreie die übrigen achso ne das ist ne andere Aufgabe hm da sind wir da sind da haben wir uns wahrscheinlich kein Lust zu okay würde ich erstmal sagen das machen wir beim nächsten Mal ich hoffe es hat euch gefallen du bist beim nächsten Mal haut rein und ciao